Hey, ihr habt bestimmt eine super tolle Folge von Minicraft Leben erwartet, oder? Wir reden über die Hölle und erleben Abiturl zusammen mit Tadl. Das war's. Für Spaß. Covid, Tadl. Ich kütze dich auch dann. Mann, ich hasse sonst Scheiß-Spawn, ey. Ich hab Maschinengewehr dabei, guck Tadl. Jo, was geht ab? Ja, 14 ins 5. Ich glaube, ich konnte gerade eine halbe Sekunde durch die, durch den, durch die Wand gucken. Jo, was ist da unten? Scheiße, keine Ahnung. Was soll da unten sein? Jo, das ist unermal tief. Ja, ich kann das aber überleben, aber ich will nicht runterspringen. Mann! Ah, hier, hier geht's. Runter. Tadl, ich hab schon das, Tadl. Ja, ich brauch eigentlich nur Nether Rack. Ich brauch einen Kamin. Du bist aber einfach gestrickt, Tadl. Ja. Ja. Tadl, einfach strickt. Ich bin deine Strickjacke, hat Manu gesagt. Genau das wollte ich damit sagen. So hat mich meine Baby auch schon gerannt. Ah, hier geht's, hier geht's, hier, ja. Ach, Tadl, komm zu mir. Tadl, komm zu mir. Boah, ist das krank hier. Kannst du bitte kommen? Bitte? Boah, was ist das für ein Weg, Junge? Und wie sieht das hier aus? Ich baller dich gleich an, damit du runterfällst und die Fresse hältst. Da, geh da drauf. Ich hab dir eine, eine schöne Prinzessin der Treppe gebracht. Da, sehr. Achso, du kommst mir einmal an meinen Quarz, ne? Ich box dich weg. Ich kann dir gleich richtig viel Stein geben. Ich hab schon zwei Stacks, anderthalb. Ja, ich hab auch schon genug, auf jeden Fall. Für den Kamin bestimmt, ja. Außer ihr wird riesig. Ey, da hab ich gerade einfach meine ganzen Level verschwendet. 27 Level, um eine Effizienz, fünf Spitzhacke zu bekommen. Was geht denn ab, ey? Ich würde gerne mit dir eine Festung suchen. Kommst du? Hast du auch genug Essen dabei? Ja, doch, das soll auf jeden Fall ausreichen. Sag das nicht zu früh. Da klappt mir mein Quarz! Ich geh zu deinem Quarz. Ich geh zu deinem Quarz. Kämpfe jetzt gegen die Pigmen. Ich krieg die jetzt. Ohne Witz mach ich jetzt nichts. Nein, hör auf, hör auf! Warum? Weil die mich dann auch angreifen. Das lohnt sich gar nicht. Auch nicht leveltechnisch, null. Wirklich gar nicht. Ich will aber so gerne zocken mit denen anfangen. Komm hier, komm mal hier. Ich bin tot, Taddle. Hilfe, ritte mich. Komm, ich mach dir eine präzisene Treppe. Warte hier. Bitte geh runter. Bitte ganz langsam. Alter, geht ja noch nicht mal mein Weg. Doch, bin ich. Nee. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, ich bin... Leck mich ab, schnell. Schnell. Taddle, kannst du mich bitte ablecken und nicht farben? So, dann bin ich so. Du stirbst nicht, oder? Doch. Zwei Herzen. Nee, Scherz. Ja, ich bin noch nicht komplett verzaubert. Ich hab ja wieder... Ich hab meine Rüstung ja komplett verloren. Wenn du irgendwo eine Festung siehst, sag Bescheid, ne? Ich will das Pigment-Vieh hier runterboxen. Boah. Tu es nicht. Tu es nicht, wenn du es einmal schlägst, dann... Ja, ich schlag es mir nicht hin. Ja. Oh. Richtiger Wichser, ey. Bist du ein Monster? Haben die überhaupt Schaden von Lava? Nee, ich glaube, die können da drin schwimmen. Aber, äh, angeblich macht das Fallschaden. Echt? Ja. Ah, der schwimmt da unten. Guck mal. Ja. Er lebt noch. Oh, ja, ist das süß, wie der doch lebt. Ja, echt nach meinem Mordanschlag. Ich guck mich mal um. Aber komm, bis 8 Uhr wieder nach Hause. Voll krank, wie weit er runtergefallen ist, Mann. Hier kannst du runtergehen. Komm her. Komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Noch keinen einzigen Gast gesehen. Ja, stimmt's. Vielleicht, weil die jetzt alle in der normalen Welt sind, Tadde. Vielleicht sind die auch gerade heute Nacht ein bisschen früher schlafen gegangen, weil... Ja? Boah, Gott, einer von Dikas Geburtstag und die wollen das zusammen feiern. Ich höre einen. Ich höre... Toll. Nur weil du das erwähnt hast, jetzt ist er wach geworden. Wollt er sich schon so auf die Party gefreut hat. Ja, ich höre einen. Ich höre einen. Ja, ich habe ihn auch gehört. Aber wo? Aber wo? Hier drin kommen wir schon mal nicht mehr weiter. Ich bin schon mal wieder zurück. Bist du jetzt alleine, Tadde. Du wirst mich nie mehr finden. Nie mehr. Nie mehr wirst du mich finden. Mein Name ist nicht mehr sichtbar auf der Web. Hinter dir, Alex. Oh, rechts weitig. Hier kommen wir hoch. Wie diese Hacke ausrastet. Ja. Das Geräusch ist echt krass. Wie ein Maschinengewehr. Hier ist nirgends ne Festung. Nirgends ne Festung. Aber es sieht unnormal krass aus hier. Ja. Kann der mal aufhören, Geräusche zu machen? Und dann nicht da zu sein? Was macht der? Den macht der... Macht der gerade ne kleine Pause? Ja, der ist irgendwo da hinten. Ich höre den Schlawiner doch schon. Oh, er ballert. Er ballert auf irgendeinen von uns. Ah, auf mich. Lol, der ist unsichtbar. Oh, nee. Er war einfach unsichtbar. Ich sehe ihn immer noch nicht. Und habe auch nicht gekillt. Ich habe den gerade einmal kurz gesehen. Echt? Ja, hier stand der. Wenn ich gerade hingucke. Jetzt höre ich ihn aber auch nicht mehr. Vielleicht habe ich ihn gekillt. Ich weiß es nicht. Ja, lasst uns dafür mal rüber. Lava bauen. Ich habe ja genug Blöcke. Kommst du zu mir? Bin direkt bei dir. Boah, wenn ich dich da jetzt runterstoßen würde, was würdest du machen? Ausloggen, einloggen. Bin wieder da. Müsst du nur hier hinlaufen, leider. Wird ja nur keinen Sinn machen. Verriggst du nicht, wenn du in die Lava fällst? Nee, ich habe Federfall. Einfach direkt ausloggen, einloggen, ins Wasser springen und Viertel Leben weg. Aber es geht halt darum, dass ich nicht wieder hinlaufen will. Ich sehe deine Füße, dein Schwert. Wie wäre es, wenn ich jetzt runterspringe? Wozu? Geh, boah. Boah, boah. Boah, boah, boah. Boah,2, McDonald's gut? Ja, du wirst gleich ein bisschen justieren müssen, aber... Ja, fertig. Oh, schon da. Ich kann schonmal hochgehen. Wir sind da. Papa, jetzt sind wir da Ja, ich brauche nur das Skelett-Kopf Alter, du musst so aufpassen, ne Oh, ich bin tot Ist der Effekt auf dir? Nein, du bist nicht tot Nein, aber der Effekt ist auf mir und ich sehe mein Leben nicht Ja, egal, egal, du das Ja, deswegen sage ich ja, geh dich hin Bleib einfach hinter mir jetzt Ist der Effekt schon weg? Ja Oh ja, gut, dann hat er dich nur ganz leicht angetätschelt Der hält ja normalerweise viel länger Echt? Ja, das, äh, oh, blazes Oh Oh, eigentlich hätte ich hier echt nicht hingehen sollen Mit meiner Ausrüstung Scheiße, oh fuck, oh fuck, oh fuck Also mir geht es doch gut, aber Ja, da ist noch ein Gast Ja, den habe ich gehört Achso, töte ihn doch Geil, wie der mit seinem Ding jetzt das geblockt hat Okay Warum ballerst du den nicht an? Ich habe keinen Bogen Achso Ich würde sagen, wir teilen einfach alles, was wir finden Oh Blaze, bist du da? Oh, ich brenne Hilfe, 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 Hilfe Ich brenne auch Ne Ich sehe es doch Du hast sie gar nicht Obwohl man da nochmal überlegen könnte, rüber zu gehen Weil da Die Lava ja nur alles versperrt Warum auch immer da so extrem viel Lava ist Verstehe ich nicht Vielleicht, weil Heute Lava Schlussverkauf ist Das kann sein Also wenn ich drüber nachdenke, klingt das realistisch Ich glaube, dir die ganze Zeit nur teilen, macht gar nichts Ja Das heißt, wir müssen uns wohl Oder übel Gleich mal irgendwie runtergraben Ja, machen wir jetzt Oh, da ist nichts Okay, pass auf Wenn dann hier überhaupt Ja Und eine Kiste Mit Gold drin Sattel Diese Warzen Kannst du eigentlich alles rausnehmen, wenn du willst Davon brauche ich nichts Ah, cool Ganz viele Warzen Nimm du die andere Seite Warte, eigentlich darf ich mir jetzt Ja, okay, komm Verwisst du Hier hört's auf Sackgasse Das Ende Ja Okay, komm Geh durch Ich will auch zumachen Hier, hol mal die Warzen Oh Lecker Warzen für dich Für, dass du magst die Als ob hier so viele Wege sind Ah, eine Kiste Richtig viele bei mir Goldener Hanisch Wow Wow Einfach nur eine Rüstung Die eine ganz tolle Die will ich haben Ja, das ist langweilig Hier ist auch gar nichts Ey, was geht denn ab? Ich bin mit dem Netherstein Nur eine Sackgasse Boah, das sah gerade nach so viel aus Aber es war alles nur eine Sackgasse Das ist heftig Hier ist nichts mehr Also Verbindungen trennen Ne, ne, ne Warte Lass uns einmal ganz kurz gucken Ob sie irgendwo Eventuell Ja, obwohl Waren wir jetzt echt überall? Das kann mir wie nicht vorstellen Ja, Verbindungen trennen Junge, die diese Wunden an den Fingern von den Tattoos abperlen So ekelhaft aus Geil Bisschen wie A-A und wie Pipi Ja Bisschen wie A-A und wie Pipi A-A Vollkommen sinnvoll Bisschen wie A-A, aber ein bisschen wie Pipi auch Die Betten sind da Kannst du mal spielen? Boah Yo, das hat mir weh getan im Herzen Tadl und Manuel erleben am Teuer Ja, der Tadl und Manuel erleben am Teuer Schön, ne? Ja War hier etwa schon einer? Siehst du diesen Stein? Oh nein Ich glaube echt, hier ist schon jemand gewesen Stimmt Nein Stimmt Iiii Nee Nee, nee Das sieht Nee Äh, aufpassen Na, wenn ihr in der Druckplatte ist, sind wir sofort tot Oder du Ich nicht Das sieht mir sehr danach aus, als ob hier schon jemand war Wir waren Okay Ja Hier war einer Nein Ich dachte, das wird jetzt so ein riesen Abenteuer Äh, ich will dich allgemein nicht enttäuschen, ne? Aber das war schon die Pyramide Hahaha Yeah Mein erstes Abenteuer Dachtest du gerade echt, da wäre so ein richtiges Dungeon drin? Ich habe ein Abenteuer erlebt Hahaha Jetzt habe ich was zu erzählen Weiß noch Meine Enkelkinder werden glauben Ich war ein richtiger Held Damals in der Pyramide Das waren noch Zeiten Mit den vier Kisten Mann Weißt du noch Wo wir da gerade reingegangen sind und so dachten so Boah, vielleicht Vielleicht war da schon wer drin Und dann war da einer drin Boah Boah, also das war Das war Abgefahren Boah, ich mach echt brutal Alter Okay, okay Bitte nicht Nein, ich töte dich doch nicht Und nach diesem enttäuschenden Abenteuer Beendeten Thaddeus Tiaks und Gemales Mulos ihre Reise Überbewerb Boah Boah